Willkommen zurück zu einer neuen Runde Battlefield 3, diesmal wieder eine neue Map und welche das sein wird, werdet ihr jetzt sehen. Das ist einmal diese Map hier und das ist jetzt wieder Team-Deathmatch natürlich, auf 32 Spieler wieder verteilt und 300 Tickets. Scheiße! Wir verlieren, Jungs! Kommt schon! Heißt euch abrief! Hier ist, glaube ich, kein Ausblick mehr. Ne. Und... Die werden wir jetzt spielen. Ah, die verziehen ein bisschen die Waffe. Einfach mal reinwerfen da. Ja, die kamen von links. Oh, der steht da ganz hinten wieder. Ich glaube, ich wechsle doch mal auf Scharfschützen. Weil die sind, glaube ich, doch noch besser. Weil die Wege doch ein Stück länger sind. Und das sind die Scharfschützen eigentlich am besten. Oh, Granate. Einmal aufs Seite. Ja. Uns hat es natürlich direkt wieder... Oh, dann wollen wir wieder... ...wiederbelebt. Nimm dir die Munition! Yei, yei, yei. Ah, ist jetzt nicht so einfach, da durchzudringen. Boah. Voll Unterbeschuss hier. Ich glaube, wir wechseln doch mal die L96. Da müssen wir kurz das Visier ändern. Ah, lassen wir die falsche Klasse so. Lassen wir das nämlich so. Zweibein. Schalldämpfer ist egal. Ja, können wir so lassen. Gucken, ob wir hier... Ah, ist da. Dann kommt wieder einer. Äh, ob wir jetzt hier mit der L96 weit kommen. Können wir jetzt sehen. Mal ein bisschen Stück für Stück vorarbeiten. Achtung! Ah. Den habe ich leider nicht getroffen. Warum auch immer. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Oh, Granate. Da kommen wir jetzt nicht zu Schüsse her. Ach, von da. Links war noch jemand. Ja, 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 ja. Das kennen wir ja schon. Einfach mal in der gegnerischen Hälfte spawnen. Zack, da haben wir den ersten. Ah, der hat uns auch schon gesehen. Boah. Aber immerhin eingetroffen. Und sechsmal schon gestorben. Und natürlich direkt wieder weitermachen. Was machen wir hier hinter den Kollegen? Ah. Kann man wieder. Boah. Ich glaube, wir müssen die doch nochmal ein Stück anpassen. Ähm. Oder nicht. So. Jetzt mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Ähm. Nehmen wir mal das Vierer. Mal gucken, wie das ist. Boah, ne. Ja. Das Vierer können wir schon mal vergessen. Ich glaube, das Vierer kann ich auch in die Tonne klopfen. Oh, Moment, so. Oh, nein, 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 nein. Oh, Moment, ich glaube, das Vierer kann ich auch in die Tonne klopfen. Oh, Moment, ich glaube, ich glaube, das ist das Vierer. Da haben wir ihn immerhin erwischt, haben wir jetzt diese abgehauen und von irgendwo kriegen wir wieder Schüsse ab. Da stand der nämlich. Eigentlich haben wir den erwischt, warum auch immer. Und wo kommen die denn jetzt? Zum Glück kann man jetzt hier das Minikit stehen. Das scheint jetzt wegzugehen. Da ist er doch noch. Dann warten wir nochmal kurz, wenn er jetzt wiederkommt. Dann kriegt der diesmal. Ich glaube, der wird schon erledigt. Schnell. Nein. Nein. Ja, da war er wieder. Danke schön. Das ist selber noch nicht. Wir wischen die immer, aber... Schon wieder. Ich sollte mal mehr auf den Kopf schießen. Also heute in der Runde mal ein bisschen mehr campen. Ah, jetzt hat er uns wieder gesehen. So. Boah, schon zwei Seiten. So, wir laufen halt jetzt erstmal rein. Und auch nicht. So. Äh, ja. Machen wir einfach die. Auf und irgendwo kriegen wir wieder Schüsse. Ah, da steht doch einer. Ah, vielleicht kommt er raus. Ah, nicht getroffen. Ich werde ab sofort jetzt auch in den Kommentaren, äh, in den Kommentaren, ähm, in der Beschreibung der Videos immer mal wieder schreiben. Oder ich denke mal ab sofort werde ich dann das schreiben, welcher Map ich denn so gerade spiele und in welchem Modus. Das meistens wird das natürlich Team-Deathmatch sein, aber... Falls ihr mal Lust habt, diese Map dann auch zu zocken, könnt ihr das natürlich dann machen. Ihr wisst dann natürlich jetzt die Map dann. Und dann könnt ihr auch mal ein bisschen drauf spielen. Ah, den haben wir nicht getroffen. Jetzt aber... Ne, dann müssen wir ein bisschen nach vorne. Okay, der war besser. Nehmen wir mal hier den Pionier. Den benutze ich eigentlich fast nie. Und die... Was nehmen wir denn hier? Die SCAR-H. Dürfen wir eigentlich Raketenwerfer benutzen? Ich weiß es nicht. Ich benutze die einfach mal. Mienen brauchen wir nicht. Können wir eigentlich so lassen. Gucken, wie die Waffe so sein wird. Habe ich mir erst letztens hier das Visier freigeschalten. Freigeschaltet? So. Gutes Deutsch. Ja, da steht irgendwo einer. Können wir da reinwerfen lassen? Ah, da steht der noch nicht. So. Dann macht schon jemand anderes. Na, ich glaube, die haben uns gesehen. Oh. Laufen, laufen, laufen. Ah, gar keine Tür. Toll. Dann wollte ich da jetzt reinlaufen und da war nix. Laufen wir jetzt mal von nix da rein. Wieder an der Stelle hier. Wieso kommen die denn jetzt her? Da ganz hinten wieder. Ich glaube, ich bleib doch bei der L96. Ah, oder auch nicht. Da kam wieder jemand, der war schneller. Versprühen sie auf einmal von überall. Ne, den will ich nicht. Oh, das ist doch nicht genau. Ich glaube jetzt kann ich hier aber nehmen, dann bleiben wir doch beim 12er Visier. Jetzt gehen wir mal wieder in die Gegner, wir versuchen es mal von hier. Gegen Primärwaffen habe ich natürlich keine Chance, die schneller schießen als eine Pistole. Da war einer. Da muss jetzt wieder einer kommen. Guck, ob da jetzt noch einer ist. Ja, da ist ein Pistole. Ah, war nicht so gut. Ja, meine wunderbaren Stats 3 zu 17. Ich bin einfach gut, ja. Ach, da kommen jetzt wieder Schüsse. Ah, fast. Wenn er mich jetzt nicht erschossen hätte, dann hätte ich ihn gehabt. Was nehmen wir denn hier? Die MG 36 nehmen wir. Ah, schlechtes Visier. Egal. Nehmen wir jetzt einfach die. Hä? Warum habe ich denn jetzt die? Komisch. Jetzt habe ich auf einmal eine andere Waffe. Egal. Egal. Nehmen wir einfach die. Die Runde haben wir gleich schon verloren. Leider, leider. Egal. Egal. Ui. Da sind wir mal wieder einen. Komm schon Jungs! Es ist vorbei, wenn die noch 5 von uns bewischt. Äh man sollte auch mal unten kommen. Und dann mal wieder leider zuhören Kann man nichts machen Durch meine genialen Stats Habe ich das natürlich verbessert 4 zu 20 Perfekt Mal gucken, was wir da für die 4 Kills kriegen Ja, nicht viel Beachtlich nicht viel Aber was soll's Ja, das war in dieser Runde wieder mit Battlefield Und dann gibt's natürlich wieder Beim nächsten Mal eine neue Map Bis dahin, tschö